So, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Don't Starve. Gerade ist noch Nacht, aber es sollte jeden Moment wieder Tag werden. Und unsere nächste Aufgabe steht da drin, wir haben 8 Gold, nice, dass wir zurück zur Steppe wollen, um mal irgendwie sowas wie ein kleines Lager aufzustellen. Ich hätte gerne eine Schaufel, einen Rucksack und ja, ein paar Fallen würde ich auch mal gerne aufstellen. Yay, unser Bart ist jetzt schon mal gewachsen, aber nice. Das heißt, wir begeben uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen runter. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel abbauen. Ich meine, 8 Gold haben wir erst mal. Das sollte für den Anfang genügen. Da möchte ich möglichst schnell erstmal irgendwie ein kleines Lager haben. Seid wir finden Essen, das Essen nehmen wir natürlich immer mit. So. Schupp-di-di-di-du, schupp-di-di-du. So, jetzt sind wir hier wieder bei diesem komischen Friedhof. Ich glaube, da kann man auch buddeln. Oh, guck mal hier, ein Goldner. Ich glaube, hier kann man auch ausbuddeln, die Gräber. Und dann kann man da so ein paar tolle Sachen bekommen. Aber, ich glaube, das kann noch schief laufen und dann kommt da irgendwas raus, was einen angreift und so. Weiß ich jetzt aber nicht genau. So, 9 Goldnuggets. Jetzt ist aber echt mal Zeit für ein kleines Lager hier. Da liegt noch eine Pickaxe rum. Ah, also so 3 Hasenfelder wäre eigentlich ganz nice, wenn wir die hätten. Hm, ist aber auch nicht wirklich Steppe jetzt hier, ne? Was haben wir hier? Hier haben wir ein, so ein... Was haben wir hier? Hier haben wir Steppe. 1, 2, 3, da ist ein viertes. Jo, ich würde mal sagen, hier ist ganz nett. Ich würde sagen, jetzt... Jetzt würde ich mal wirklich mal sagen, hier machen wir jetzt mal unser kleines Lager. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier so ein Firepit. So ein, äh, ja, etwas größeres Feuerchen, also so eine Feuerstelle, die dann auch da bleibt. Aber vorher setze ich mal das Gras auf. Das wäre voller Gras. So. Und dann setze ich das einfach mal... Hier so hin. Tada! Und als nächstes hätte ich gerne eine Alchemie-Maschine. Die sollten wir uns ja auch bauen können, ja. So, die stelle ich einfach mal... Hier hin. So. Ich glaube, wir brauchen Holz. Das wird, glaube ich, unbedingt nochmal... Holz hacken gehen. So, wollen wir mal Bäume, Bäume, Bäume. Hier unten haben wir ein paar Bäume. Weil Holz brauchen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr. Fängt so nah an zu regnen hier. Aber hier gibt unser Feuerchen nicht aus. Selbst wenn, ist auch nicht so schlimm. So, sehr schön. Flower. Also, ich würde sagen, bis jetzt läuft das schon mal ganz gut, ja. Also, ganz so schlecht sieht es bis jetzt nicht aus. Jetzt können wir auch so ein paar Hasenfallen aufstellen. Und dann sollte das hoffentlich auch... Die behalte ich mal. Die können wir mal in die Nähe von unserem Lager denn setzen. Äh... Oh, meine Axt ist futsch. Machen wir schon eine neue hier. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Das habe ich gerade gesagt. Achso, genau. Dass wir nicht jetzt so weit laufen müssen, machen wir da unseren kleinen, eigenen Wald so vor die Tür. So, ein bisschen Holz. Was haben wir jetzt am Holz? Wir haben jetzt zehn. Okay. Ja, zwei Bäume hätte ich gerne noch. So. Den hier auch nochmal. Ich glaube, da kommt jetzt kein Baummann raus. Das wäre echt scheiße jetzt. Aber ein paar Bäume habe ich auch schon wieder gepflanzt, also... Ganz so schlechter Mensch bin ich ja dann doch nicht. So, die sind glaube ich auch ganz praktisch. Obwohl, so viele... Die sind trotzdem noch fast voll von denen. So, hier Seed. Können wir auch nochmal mitnehmen. Blume. Blume. Ich glaube, die Tricks. So. Okay, sehr schön. Hätten wir das auch. Ja. Dann können wir jetzt erstmal zurück zum Lager. Und dann wollte ich gerne erstmal einen Rucksack haben. So, sammeln wir mal hier das nochmal auf. Oh mein Gott. Jetzt blitzt das ja auch noch. Blitz und Donner. Ne, was wollte ich denn jetzt bauen? Ich wollte jetzt bauen einen Rucksack. Genau. Trap. Farm können wir... Ach, wir können uns sogar schon eine Farm machen. Ist ja cool. Wird es schon dunkel? Ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich haben... Was wollte ich denn haben? Ja, was suche ich denn jetzt gerade überhaupt? Einen Rucksack. Äh. Ich weiß gar nicht. Wo findet man jetzt einen Rucksack? Das sind ja nur Hütebekleidungssachen. Ne, hier doch auch nicht. Wo finde ich denn jetzt einen Rucksack hier? A backpack. Ich suche backpack. Pickhouse. Ne, ist auch nicht das wahre. Wo findet man denn jetzt einen Rucksack hier? Razor. Hammer. Kann doch nicht angehen jetzt hier, dass ich keinen Rucksack finde, oder was? Pumpkin Lantern. A Lantern. Hä? Na, jetzt sieht es ja los. Jetzt finde ich hier keinen Rucksack, oder was? Hä? Den habe ich doch schon mal gefunden. Wo war der denn? Speer. Footballhelm. Also jetzt sieht es ja los. Jetzt finde ich hier keinen Helm, oder was? Äh, keinen Rucksack. Okay. Holy fucking shit. Hä? Hä? Also jetzt bin ich ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Hä? Was geht denn jetzt ab hier? Warum finde ich keinen Rucksack? Oder was könnte man denn in einen Rucksack fassen? Luxury Eggs. Jetzt gehe ich nochmal alles durch hier. Lantern. Survival. Birdtrap. Backpack. Meine Fresse. Meine Fresse. Alter, Vater. So. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen Zeit. Vielleicht können wir ja nochmal... Eine Trip kann ich ja hier nochmal setzen. So. Können wir uns noch eine zweite machen? Eine zweite Trip. So. Ich stehe hier auch nochmal hin. Dann sollten die da eigentlich auch reinlaufen. So. So. Hier auch nochmal. Okay. Sehr schön. Ähm. Feuer. Sehr schön. Also ein Beet können wir uns dann auch machen. Aber wie so ein Beet genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Ich denke mal, da wollen wir Samen für, oder? Kann man da alles anpflanzen? Ich weiß es nicht. Aber probieren wir auf jeden Fall auch nochmal aus. Irgendwie so muss das ja funktionieren, ja. Also ich will jetzt nicht alles mir irgendwie durchlesen und dadurch lernen. Ich will auch hier im Spiel mal ein paar Sachen neu ausprobieren. Aber bis jetzt, also wenn jetzt... Ich weiß ja nicht, was alles noch geschehen kann. Ich bin ja noch nicht sehr weit gekommen in dem Spiel. Aber ich hoffe einfach mal, dass... Das hier noch irgendwie klappt. So, wo habe ich jetzt eigentlich einen Rucksack gefunden? Da. Birdtrap. Äh. Biggie. Piggypack. Carriers a lot, but slows you down. Das ist ja mit einer Chest zum Beispiel mal. Umbrella. Hm. Survival. Das ist nicht ja bei Farm. Hier wird aber wohl keine... Oh, schon wieder Tag. Lol. Ich bin jetzt irgendwie fix. Ähm. Gut. Wie viel... Okay, wir haben noch genug. Dann setzen wir hier erstmal noch ein paar Traps. In der Hoffnung, dass dann hier auch welche reinlaufen. Sollten sie aber auch wirklich. So. Äh, ne Schaufel hätte ich dann auch gerne. Äh, Schaufel, Schaufel, Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ne Schaufel, da. Sehr schön. So, in den Rucksack kann jetzt eigentlich auch mal ein bisschen was rein, ne? Ja, das kann da mal rein. Das jetzt gerade nicht. Das Sortieren kann ich auch mal später dann mal machen. Ähm, jetzt würde ich gerne den Sitio einsammeln. Und dann ein paar Bäume pflanzen. Genau. Hier mal einer und da mal einer. Ich hoffe, die wachsen hier. Auch wenn's ne Steppe ist. Hoffen wir's einfach mal. So. 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 So, mal ganz, ganz so nah. Ne, nicht droppen. Droppen sollst du sie so nun nicht. Und dann können wir mal kurz die Schaufel ausrüsten und das mal ausbuddeln. Und das mal ein bisschen näher an uns. Wo muss ich jetzt? Ne, Moment. Ach da. Dick. Sehr schön. Jetzt haben wir einmal so ein Gras gefunden und wir haben ein Setzling, den wir jetzt also pflanzen können bei uns. Sehr schön. So. Buddeln wir hier auch nochmal. Dann holen wir das Gras mal ein bisschen zu uns ran, damit wir das alles schön bei uns in der Nähe haben. So, Hunger haben wir auch ein bisschen. Äh, was brauchen wir noch hier? Diese komischen, äh, Sapling, also diese komischen Zweige da. Davon brauchen wir auch noch ein paar, die wir dann ausbuddeln. So, da oben war noch eine Karotte, die ich gerne hätte. Eine Karotte. Eine Karotte. So, da haben wir noch ein paar... Oh, Bären. Alter, richtig viele Bären hier. So. Äh, was kann ich denn erstmal wegpacken? Karotte, hab ich die schon gekocht? Ne, aber die kann ich mal essen, ja? Dann würde ich gerne mal hier Büsche ausgraben. So. Wir packen ganze Büsche hier in unseren Rucksack, ja? Das ist so ein Mega-Backpack. Würden Daisy-Fachleute sagen. Moment, nein, du solltest buddeln, genau. So, sehr schön. Jetzt hier noch ein paar Saplings. Was hat unsere Schaufel? Ja, da geht's noch ganz gut. Man muss zum Glück bloß einmal schaufeln, um die auszubuddeln. Schupp. Ich hoffe, es kommt kein Astmonster oder so an, weil wir hier die ganzen Äste ausbuddeln. Und gerade noch keinen neuen setzen. Aber nun ja, so eine Chest hätte ich dann gerne noch. Mal sehen, wo wir die finden. Aber die gibt's auf jeden Fall. Die hab ich ja schon mal gesehen. So. So. Ja, nochmal. Und Holz bauen wir eigentlich auch noch ein bisschen wahr. Was haben wir denn gerade an Holz? 14 haben wir noch. Na gut. So, hier sind auch noch jede Menge Blumen. Oh, ganz viele Saplings. Sehr schön. Oh. Klebe uns nicht an. Wie die aussehen, wenn die sich hinten setzen. Wie so ein kleines Minischweinchen. So, und der nächste. Oh, das ist ein Bären. Bären, bären, bären. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und das war die Schaufel. Gut, egal. Halt. Krieg ich den Samen noch? Nein. Verdammt. So, ja, dann machen wir uns mal zurück. Gut, da sind wir doch ein ganzes Stückchen gelaufen. So, ein Samen. Den nehm ich auch mal mit, wenn wir uns nochmal ein Beet machen wollen. Weil genug Kacke haben wir dafür ja schon. Und noch mehr Samen. Ja, 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 ich bin noch auf den Weg zurück. Lauf, kleiner Mann, lauf. Jetzt habe ich die Fallen noch gar nicht überprüft. Können wir vielleicht jetzt nochmal schnell machen. Kann man eigentlich auch so Fackeln aufstellen? Das wäre cool, dass man sich so das ausleuchten kann in der Nähe hier. Tatsächlich, sind welche reingelaufen? Sehr schön. Dann. Die Bäume wachsen auch fleißig vor sich hin. Sehr schön. Oh, unser Inventar ist gleich wieder voll. Äh, na, 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 kurz. Verarbeiten wir euch mal kurz hier. Ganz brutal. Da würde ich sagen, machen wir uns noch ein paar mehr Traps, wa? Ich weiß gar nicht. Das ist das, die eine Trap war jetzt auf 88%. Das heißt, wir können die wie oft einsetzen? Ja, viermal, fünfmal. Wenn da zwölf Prozent runter sind. Nee, mehrmals. Zwölf Prozent runter? Zwölf mal acht ist... Ähm, 80, 96. Günstig. Also achtmal einsetzen? Cool. Das ist ganz nice. Warum ist hier so ein scheiß Vogel? Meine Flieger! Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeit, irgendwie. Komm, hacken wir hier nochmal den Baum. Will die Zeit möglichst immer nutzen. Sehr schön. Also das bei dem Lager sieht ja auch schon mal ganz nett aus. Ich denke, wir haben auch eine ganz gute Stelle hier erwischt, oder? Ja, ich denke mal schon. Was wir noch schnell machen können, ist, äh, setzen. Und zwar... Hier das komische Gras können wir mal setzen. So. 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 Damit wir das ja immer schön in der Nähe haben und nicht immer so weit latschen müssen. Das sollte jetzt wachsen, oder? Doch, so habe ich das verstanden. Gut, das Gras können wir hier nochmal einsammeln. Das auch nochmal. Gut, jetzt haben wir auch schon fünf Häschen. Ich hoffe, aus den Löchern kommen immer wieder neue Hasen. Wäre doof, wenn ich. Wenn wir uns immer wieder ein neues Loch suchen müssen. Ich suche mir so ungern ein neues Loch, wisst ihr? Ich eigentlich mit denen ziemlich zufrieden bin. So, hier haben wir noch einen Samen. Oh, jetzt ist es dunkel. Oh, lauf, 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 lauf. So. So. Das wäre so scheiße einfach, ja? Wenn man einfach... Wenn es einfach richtig gut läuft, ja? Alles super und schick ist. Und man dann verreckt, weil man mal kein... Holz hatte. So, die eine Karotte können wir mal noch kochen und essen. Was haben wir hier noch? Ein paar Beeren, die können wir auch noch kochen. So, die essen wir auch nochmal. So, sehr schön. So, jetzt wollte ich gerne nochmal nach der Chess suchen eigentlich. Und eventuell nach... Piggyback, Birdtrap. Nee, Piggyback, Healing Serve, Honey. Irgendwo war denn das? Wo findet man das? Hier, genau. A trying rack. Damit können wir Fleisch aufhängen und trocknen lassen. Das gibt uns dann erstens mehr Leben zurück und zweitens vergammelt das langsamer. Boah, wird das schnell wieder Tag. Äh, jetzt hab ich gar keinen Plan. Was mach ich denn jetzt? Ich wollte noch was pflanzen. Und zwar... Äh, wo wischen die? Ach hier, Büsche. Setz dich mal hier noch hin. Busch. Busch. Und Busch. So, dann haben wir... Guck mal, hier haben wir noch zwei Gras-Dinger hier. Frage wäre jetzt natürlich noch, wie schnell die hier wachsen. Aber ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. So, sehr schön. Okay, Kohle brauchen wir jetzt, um dieses Fleisch dann aufzuhängen. Und Kohle kriegen wir, indem wir Bäume abfackeln. Na gut. Aber jetzt hab ich immer noch keine Truhe. Verdammt. Die Nächte sind einfach... Sie sind so kurz einfach, ja. Also das ist nicht schlecht, aber überraschend kurz. Einfach. So. Gucken wir mal, waren hier noch irgendwo... Ich glaub, hier hinten waren noch ein paar von diesen Hasenlöchern, ne? Da würd ich nämlich gerne... Oh, guck mal, wie viele hier sind. Gott. Hier setzen wir auf jeden Fall noch ein paar hin. So. Wie viel haben wir noch? Oh Gott. Guck mal, richtig schön Hasen hier. Äh. Kochen. So, mit diesem Stone, äh, kann man den... Ach, den können wir tatsächlich ja mal so aufnehmen. Ist ja cool. Weil das ist so ein weiterverarbeiteter Gegenstand. Aus normalen Steinen können wir diese Stones machen. Also, aus diesen Rocks können wir Stones machen. Ja. Nicht ganz cool. So, können wir uns mal kurz eine Schaufel machen vielleicht? Was kostet die? Ja. Wo ist er da? Dann würd ich hier gerne halt... Na, na, nein. So. Saplings brauchen wir, glaub ich, noch. Wauw, wo sind die ganzen Saplings eigentlich? Achso, die haben wir gesetzt. Okay. Haben die gesetzt? Oder haben wir noch keinen mitgenommen? Ne, da sind sie. Ah, okay. Ach, das geht nur mit 10. Ah, okay. Gut, die setzen wir auch nochmal. Und hier das Gras. So, und jetzt wollte ich noch ein paar Bäume abbrennen. Dafür brauchen wir eine Fackel. Haben wir hier irgendwo ein paar Bäume, also so ein paar mehr Bäume so auf einem Fleck? Gott, wie viele Hasen. Das ist ja traumhaft. Bäume, Bäume, Bäume. Ja, hier haben wir viele Bäume. Da müssen wir mal hin. In die andere Richtung. Ah, guck mal hier. Das ging ja fix. Steht schon gesetzt? Moment. So. Ja, das läuft doch ganz prima. Sehr schön. Verarbeiten wir gleich mal gleich weiter hier. Und setzen die Falle neu. Schwupp. Ne, halt, Moment. Ich glaub, die sitzt nicht richtig. Die muss gerade so... Ja. Schwupps. Und... Schwupps. Und weiterverarbeiten. Acht, Fleisch. Sehr schön. Ach, wir brauchen Holz. Ach ja, Holz und Kohle. Das war's, ja. Also bei der Dämmerung, da würde ich dann immer gerne so Sachen setzen und so sich in der Nähe des Lagers aufhalten. Und so... Ähm... Nachts. Ja, was können wir da machen? Da können wir dann... Entweder uns neue Sachen dann mal erforschen oder so. Oder kochen halt. Zum Beispiel haben wir jetzt... Oh, jetzt haben wir schon 10... Oh, das läuft viel besser jetzt, ey. Meine Fresse. So. Ist auch wieder einer drin. Alter! Richtig viele Häschen. Aber es kostet halt auf Dauer, ne? Also die sind auch nicht so billig, die fallen. Aber gut, die halten ja doch schon... Ganz gut. Also... Wenn wir da echt 8 Hasen aus jedem rauskriegen, wäre das schon ziemlich nice. So, jetzt wollte ich eigentlich nochmal ganz kurz gucken, ob wir eventuell nochmal das schaffen, ein paar Bäume hier abzubrennen. Um Kohle zu kriegen, meine ich jetzt. Hier zum Beispiel. Nee. Moment. Äh, eine Fackel brauche ich dafür. Ganz schnell. Oh. Mein, dann dauert das. Und schnell weg hier. Oh Gott. Wie weit verbreitet sich das jetzt hier? Moment. Okay. Haben wir noch eine Axt dabei? Ja. Das wird daraus ja nur Asche. Verdammt. Ich wollte ja eigentlich Kohle haben. Oh gut. Kohle! Gib mir... Oh Gott. Dunkel. Kohle. 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 Schnell, schnell, schnell. So. Ja, die Asche. Gut. Was liegt hier noch? Ist ein Hase mit verbrannt? Grausam. Jetzt haben wir sieben Kohle. Wir brauchen noch einiges mehr. Aber gut. Über den Samen würde ich da gerne mitnehmen. Und dann können wir vielleicht noch ganz kurz was setzen. Zum Beispiel hier haben wir hier nur Saplings. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Gott. Das wird ja alles so groß. Dann setze ich die Saplings jetzt einfach mal hier hin. So. 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 Ich glaube, von dem brauchen wir auch relativ viele dann. Später mal, war. Wäre gut möglich. So. Nee, das ist doch gar nicht. Verdammt. Wird das aufnehmen. So. Okay. Gleich ist wieder Nacht. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal ein paar Häschen schon mal. Äh. Damit wir hier nicht verhungern und so. Ich habe immer noch keine Truhe. Irgendwann muss ich die Truhe mal hier finden. So. Ja. Läuft da soweit dann super. Was brauchen wir eigentlich hier für die nächste Maschine? Da brauchen wir vier Holz. Und um das Holz zu kriegen, brauchen wir Structures. Nee. Das hier. Genau. Rope. Boards. Boards brauchen wir dafür. So. Es wird dunkel. Upsi. Äh. Gib mal Holz her. Oh. Wir haben den Part total überzogen. Krass. Ja. Also mache ich hier mal einen kurzen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.